Ich lerne Deutsch. Nummer 7613 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich bin dankbar für alles, was ich habe. Hast du mein neuestes Tattoo Design gesehen? Wie gefällt es dir? Hast du mein neuestes Tattoo Design gesehen? Wie gefällt es dir? Ich bin mutig genug, meine Träume zu verfolgen. Ich bin mutig genug, meine Träume zu verfolgen. Ich laufe vor der Arbeit immer wenigstens eine Stunde. Ich laufe vor der Arbeit immer wenigstens eine Stunde. Manchmal sind es auch neunzig Minuten. Ohne Information tappt man im Dunkeln. Bücher, Internet und Gespräche sind Quellen des Wissens und der Information. Ohne Information tappt man im Dunkeln. Bücher, Internet und Gespräche sind Quellen des Wissens und der Information. Ich bin überzeugt, dass ich das schaffen kann, was ich mir vorgenommen habe. Ich bin überzeugt, dass ich das schaffen kann, was ich mir vorgenommen habe. Ich nehme mir eine Auszeit, um über den Tag nachzudenken. Es ist so viel passiert. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Okay. 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 Vielen Dank.